Karnaki, der Geisterdetektiv Copyright der Deutschen Übersetzung, Fester Verlag, Borstorf bei Leipzig Das Haus im Lorbeer Dickicht Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte, die ich euch zu erzählen habe, sagte Karnaki Nach dem üblichen kleinen Dinner, bei dem kaum ein Wort gefallen war Erwartungsvoll nahmen wir unsere Plätze rund um den Kamin ein Ich komme gerade aus Irland zurück, fuhr er fort Aus dem Westen immerhin Mein alter Freund Wentworth konnte sich vor kurzem eines ganz unerwarteten Erbes erfreuen Ein großes Gut samt Herrenhaus, Gannington Manor Man findet es etwa anderthalb Meilen außerhalb des Dorfes Correnton Lange Jahre hatte das Haus leer gestanden Und das ist ja nicht so ungewöhnlich für einen Ort, an dem es spuken soll Wentworth machte sich auf den Weg, um seinen Besitz in Augenschein zu nehmen Und was er da sah, war alles andere als erfreulich Das Haus in schlechtem Zustand, die Ländereien vernachlässigt und von Unkraut überwuchert Und dazu, was ich nur bestätigen kann, diese Aura von Trostlosigkeit und Verlassenheit über allem Und schon bei seinem ersten Rundgang durch das Haus berichtete er mir Beschlich ihn ein ungutes Gefühl Doch kann man das sicher auch als jene gewisse Beklemmung verstehen Die uns alle beim Durchstreifen eines von Menschen verlassenen Gemäuers befällt Nach der Besichtigung ging er hinüber zum Dorf, um den früheren Gutsverwalter zu treffen Und ihn unter anderem mit der Suche nach einem Hauswart zu beauftragen Der Mann, der sich übrigens als Schotte entpuppte, war durchaus bereit, sich erneut um den Besitz zu kümmern Was jedoch das Haus selbst betreffe, so würden sie auch mit vereinten Kräften niemanden finden, der es überhaupt nur betreten wolle So versicherte er Wentworth, und er an seiner Stelle würde es Stein um Stein abtragen lassen und ein neues errichten Natürlich wunderte mein Freund sich darüber, und so versuchte er, während sie die Dorfstraße hinuntergingen, den Verwalter zum Reden zu bringen Nun, es habe schon immer merkwürdige Geschichten um dieses Haus gegeben Schloss Landruh habe man es vor Zeiten schon genannt, und dann gab es da diese beiden Toten im Haus Zwei unerklärliche Todesfälle innerhalb der letzten sieben Jahre Beide Male waren es Landstreicher gewesen, die wohl vom schlechten Ruf des Hauses nichts wussten und nur froh waren, ein trockenes Plätzchen für die Nacht zu finden Beide Male hatte es keinen Hinweis auf die Todesursache gegeben Kein Anzeichen von Gewalt, und die Leichen waren am selben Ort gefunden worden, in der Eingangshalle Mittlerweile war man bei dem Gasthof angekommen, wo Wentworth logierte Und so erklärte er ein wenig kurz angebunden, dass er dieses unsinnige Gerede von Spuk und unheimlichen Todesfällen schon bald widerlegt haben würde Dazu müsste man doch nur ein, zwei Nächte im Haus verbringen, ein leichtes Die beiden Toten, das sei schon merkwürdig, aber ein merkwürdiger Zufall eben Was hatte das mit dem Übernatürlichen zu tun? Zwei Todesfälle in sieben Jahren, das haftete lange im Gedächtnis eines kleinen Fleckens wie Correnton Und so ergab sich wie von selbst ein Zusammenhang Jeder Landstreicher stirbt irgendwann und irgendwo Und dass man zwei von ihnen in dem Haus fand, zwei von vielleicht Hunderten, die dort schon übernachtet hatten, was sagte das schon? Aber der Verwalter, Tabith hieß er, war einigermaßen bestürzt über Wentworths Absicht Und auch der Wirt, der sich ihnen zugesellte, redete auf ihn ein, es nicht zu tun Um ihres Seelenheils willen, beschwor ihn Dennis, der irische Wirt Riskieren Sie nicht Kopf und Kragen, warnte ihn der Schotte nicht weniger eindringlich Das war am Nachmittag Die Sonne schien hell und warm und Wentworth konnte sich nichts Alberneres vorstellen, als zwei erwachsene Männer von unheimlichen Mächten und rätselhaften Todesfällen reden zu hören Beeindrucken oder gar erschüttern konnte ihn das nicht Und so verkündete er noch einmal, dass er diesen Geschichten ein Ende bereiten würde dort im Haus und noch in der heutigen Nacht Und viel hilfreicher und sinnvoller wäre es doch, wenn sie, statt düster zu warnen, mitkommen und mir Gesellschaft leisten würden Fast hätte den armen Dennis bei diesen Worten der Schlag getroffen Und auch der Verwalter, obwohl gefasst, aber sehr ernst geworden Wentworth ließ sich nicht beirren Doch wurde ihm, wie er mir dann gestand, schon etwas eigen zumute, als er den Abend langsam näher rücken sah? Das halbe Dorf war zusammengelaufen, um ihn zu verabschieden, denn in Windeseile hatte sich sein Vorhaben herumgesprochen Wentworth hatte neben einem dicken Bündel Kerzen auch seine Schrotflinte mitgebracht Und während er sie in die Höhe hielt, sagte er laut und vernehmlich, dass er niemandem rate, dort im Haus zu erscheinen und Spielchen mit ihm zu spielen Denn wenn er es für geboten halte, werde er schießen Aber an Spielchen dachte wohl keiner von ihnen Und wie ernst sie die Sache nahmen, erkannte er, als ein Mann mit einem riesigen Bullmastiff an der Leine vortrat und ihm das Tier anbot Er solle es doch zu seinem Schutz mitnehmen Aber Wentworth tätschelte zur Antwort nur seine Flinte Der alte Mann schüttelte den Kopf und erklärte, dass der Hund ihn früh genug warnen könnte, wenn es an der Zeit sei, das Haus zu verlassen Die Flinte könnte nichts ausrichten bei dieser Art von Gefahr Wentworth nahm nun tatsächlich den Hund und bedankte sich Mir sagte er, dass er in diesem Augenblick schon bereute, seinen Entschluss vor Zeugen und ohne allzu viel Nachdenken bekundet zu haben Inzwischen blieb ihm gar nichts anderes mehr übrig, als zu gehen Also bahnte er sich seinen Weg durch die Menge und musste feststellen, dass all die Leute kehrtmachten und in einer dichten Traube sich an seine Fersen hefteten Die ganze Strecke bis zum Herrenhaus folgten sie ihm und noch weiter bis zur Eingangstür Das alles geschah bei Tageslicht, auch wenn die Dämmerung sich schon ankündigte Die Männer vor der Tür zögerten jetzt, als schämten sie sich zurückzugehen und Wentworth seinem Schicksal zu überlassen In diesem Augenblick gestand er mir, hätte er bereitwillig fünfzig Pfund und mehr dafür gegeben, wenn er so ohne weiteres mit ihnen hätte umkehren können Doch dann kam ihm die rettende Idee Er fragte sie, ob sie nicht alle hierbleiben und ihm Gesellschaft leisten wollten, die ganze Nacht Sie aber versuchten, ihn zu überreden, mit ihnen umzukehren Hin und her ging das, bis er einen Vorschlag machte, den keiner ablehnen konnte Alle zusammen sollten sie zum Gasthof zurückkehren, ein paar Dutzend Flaschen mit Whisky besorgen Eine Eselslast Torf und Holz und noch einige Kerzen mehr Dann würde man hier im Kamin der großen Halle ein ordentliches Feuer machen Und im Schein der Kerzen ringsum sich mit dem Whisky stärken Was wäre das für eine Nacht? Und was soll ich sagen, er hat sie rumgekriegt Also machte man sich auf und war schon bald wieder beim Gasthof angelangt Und während man Esel, Belut und Kerzen und Whiskyflaschen verteilt wurden Versuchte Dennis, der Wirt, noch einmal Wentworth zurückzuhalten Er erkannte jedoch bald, wie fruchtlos seine Bemühungen waren Und offensichtlich wollte er auch nicht die anderen Männer davon abhalten, ihm Gesellschaft zu leisten Ich sage Ihnen, Sir, warnte er ihn Wäre schon besser, das Haus abzureißen Bedeutet nie was Gutes, wenn das Blut von Unschuldigen vergossen wird Bauen Sie sich ein schönes neues Haus Aber wenn Sie unbedingt heute Nacht dort sein wollen Dann lassen Sie die große Eingangstür offen Und achten Sie auf die Blutstropfen Und sobald nur ein einziger fällt, laufen Sie Und bleiben Sie nicht für alles Gold der Welt Wentworth fragte ihn, was er denn damit meine mit diesen Blutstropfen Ist das Blut der Leute, die der schwarze Mick damals im Schlaf gemordet hat Da war ein alter Streit, den er vorgeblich beilegen wollte Und er lud sie ein, die O'Harras, mein ich, siebzig von ihnen Und er gab ihnen Speis und Trank Sprach zu ihnen mit Engelszungen, sodass sie ihm vertrauten und über Nacht blieben Dann töteten er und seine Leute sie alle, während sie schliefen Hab die Geschichte von meinem Urgroßvater Und seit damals heißt es, dass es den Tod bedeutet für jedermann im Haus Wenn die Blutstropfen erscheinen Die Kerzen und das Feuer werden erlöschen Und in der Dunkelheit wird nicht einmal die Jungfrau Maria sie noch beschützen können Wentworth sagte mir, dass er bei dieser Geschichte fast lachen musste Aber wohl eher deswegen, weil man über solche Geschichten zuerst immer lacht Um nicht darüber nachdenken zu müssen Er fragte den guten Dennis, ob er denn erwartete, dass er das glaube Sicher, Sir, sagte Dennis, ich will, dass sie's glauben und wenn sie's glauben Und falls Gott will, werden sie vielleicht noch vor dem Morgen gesund und munter hier auftauchen Der Ernst dieses Mannes ließ Wentworth nicht unbeeindruckt und er drückte ihm die Hand Dennoch wandte er sich zum Gehen und ich muss sagen, ich bewundere seinen Mut Vierzig Mann waren sie nun Und als sie wieder beim Herrenhaus, dem Schloss, wie die Einheimischen es nannten Angelangt waren, hatten sie binnen kurzem ein großes Feuer im Kamin entfacht Und überall in der Halle Kerzen aufgestellt Keiner hatte versäumt, sich einen ordentlichen Knüppel mitzubringen Und so würde jeder physische Gegner sich einiger Kampfkraft gegenübersehen Wobei man auch noch Wentworths Schrotflinte berücksichtigen musste Die Zuteilung des Whiskys übernahm er selbst Denn die Leute sollten nüchtern bleiben Doch gab es für den Anfang schon einmal einen kräftigen Schluck Damit man bei Laune blieb und das Gespräch in Gang kam Eine solche Gesellschaft darf man nicht verstummen und ins Grübeln geraten lassen Sonst sieht sie plötzlich in jeder Ecke Dinge, die es nicht gibt Und dann kann es ungemütlich werden Die große Eingangstür stand weit offen So hatte es Wentworth angeordnet Der die Worte des Wirts also nicht ganz außer Acht lassen wollte Da die Nacht windstill war, bestand keine Gefahr Dass die Kerzen ausgeblasen wurden Und so ging es eine Weile recht vergnügt zu in der Halle Drei Stunden mochten vergangen sein Er entkorkte gerade eine Reihe von Flaschen für die nächste Runde Als einer der Männer in seinem Übermut ausrief Dass es doch langsam an der Zeit sei Für die Geister aus ihrem Versteck zu kriechen und sich zu zeigen In diesem Augenblick geschah es Dass die schwere Eingangstür sich in den Angeln zu drehen begann Ganz sachte und wie von einer unsichtbaren Hand geführt ins Schloss fiel Klack machte es Wentworth hatte es deutlich mit angesehen Ihn fröstelte mit einem Mal Dann sah er sich in der Runde um Einige der Männer waren verstummt und blickten ebenso erschrocken zur Tür Doch den meisten fiel nichts auf Bis nun der Bulmerstiff lautstark zu bellen begann Wentworth nahm seine Flinte zur Hand Die Halle, das muss man kurz erklären, hat einen länglichen Grundriss Mit der Eingangstür auf der Westseite und einer langen Fensterfront im Süden Während an den beiden übrigen Wänden Reihen von Türen ins Innere des Hauses führen Alle waren sie geschlossen Und es war eine der Türen auf der Nordseite, auf die der wütende Hund nun zulief Bevor er sie erreichte, schob sie sich langsam auf Und während so der Blick auf einen völlig im Dunkeln liegenden Gang freigegeben wurde Blieb das Tier stehen, machte dann winselnd kehrt und suchte Schutz inmitten der Männerschar Eine ganze Minute blieb es totenstill Wentworth trat ein paar Schritte vor und richtete die Flinte auf die Türöffnung Wer immer dort ist, kommen sie heraus oder ich schieße, rief er aber Nichts rührte sich und so feuerte er aus beiden Läufen Und als ob der zweimalige Knall ein Signal gewesen wäre, auf das man nur gewartet hatte Begannen sämtliche Türen an den beiden Wänden sich zu öffnen Quälend langsam und Wentworth und seine Leute sahen fassungslos zu Wie sich ein schwarzer Schlund nach dem anderen auftat Rasch lud Wentworth nach und rief den Hund, aber der ließ sich nicht blicken Und dass dieses große Tier sich in die Flucht schlagen ließ, erschreckte Wentworth am allermeisten Aber es geschah noch mehr In einer Ecke der Halle erloschen drei Kerzen, einige andere an verschiedenen Stellen folgten Und bald waren es so viele, dass Wände und Ecken nahezu im Dunkeln lagen Die Männer waren inzwischen alle auf den Beinen Sie hatten sich umeinander geschart und hielten sich an ihren Prügeln fest Keiner sagte ein Wort Wentworth gestand mir, dass ihm beinahe schlecht gewesen sei vor Angst Ein Gefühl, das mir nicht fremd ist Dann spürte er, wie etwas auf seine linke Hand tropfte Und im Hinsehen erkannte er einen großen roten Fleck Der langsam zerfloß und nun zwischen seinen Fingern hindurchsickerte Ein alter Mann in seiner Nähe bemerkte es und krächzte mit zittriger Stimme Ein Blutstropfen! Ein Blutstropfen! Und als die aufgeschreckten Männer nun an sich heruntersahen Erhob sich bald ein ganzer Chor von verängstigten Stimmen Die Blutstropfen! Das Blut! Und jetzt erloschen gleichzeitig fast alle übrigen Kerzen Kaum sah man noch etwas Der Hund ließ ein langgezogenes, klagendes Heulen hören Und einen Moment noch verharrte die Menge ohne einen Laut und wie erstarrt Bevor sich die Spannung explosionsartig löste Und alles nur noch zur Tür stürzte Fast wäre sie aus den Angeln gerissen bei diesem Ansturm So drängte es, stolperte es hinaus in die Nacht Und hinter den Männern wurde die Tür mit Getöse zugeworfen Nur der Hund war zurückgeblieben Wentworth hörte sein Heulen, während sie die Auffahrt hinunterliefen Aber weder er noch sonst jemand wagte es umzukehren Und das arme Tier herauszulassen So weit also das Geschehen an dem Tag, bevor Wentworth mich rief Er hatte von mir im Zusammenhang mit jenem Kirchturmspuk gehört Ihr kennt die Geschichte, und ich zögerte nicht lange Auf dem schnellsten Weg eilte ich herbei Und traf mich noch am Abend meiner Ankunft mit ihm im Gasthof Am Morgen gingen wir zusammen zum Herrenhaus Das auf einem wahrlich verwilderten Stück Land liegt Wobei vor allem die zahllosen, hoch aufgeschossenen Lorbeersträucher Ins Auge fielen, die das Haus dicht an Dichte umgaben Was an Gemäuer das Dickicht überragte Wirkte wie ein Schiff auf einem grünen Meer aus Lorbeer Das und die altertümlich düstere Architektur konnte einem vom ersten Augenblick an das Haus verleiden Und selbst am Tag wirkte es irgendwie unheimlich Die Halle war sehr groß und vom Tageslicht gut ausgeleuchtet Was mir durchaus recht war Ihr seht, dass mich Wentworths Bericht nicht ganz unbeeindruckt gelassen hatte Das einzige Ungewöhnliche, das sich uns darbot, war der große Mastiff Der starr und steif mit gebrochenem Genick auf dem Fußboden lag Die Sache war also ernst Denn was immer hier am Werk war, übernatürlich oder nicht War von solcher Kraft, dass man um sein Leben fürchten musste Während Wentworth nun mit seiner Flinte Wache stand Inspizierte ich die Halle erst einmal in groben Zügen Überall verstreut lagen die Whiskyflaschen und Becher Die Kerzen standen noch aufrecht dort, wo man sie mit dem eigenen Wachs angeklebt hatte So aufmerksam ich mich auch umschaute Ich konnte bei dieser ersten Begehung nichts Ungewöhnliches finden Und musste also Zuflucht zu meiner üblichen und recht mühsamen Methode nehmen Und das hieß, jeden Quadratzentimeter des Hauses einzeln zu überprüfen Fußboden, Wände, Decken Und das galt für das ganze Haus, nicht nur für die Halle, versteht sich Drei Wochen dauerte diese mühsame Arbeit, ohne dass ich etwas finden konnte Und ihr wisst, mit welch peinlicher Sorgfalt ich dabei zu Werke gehe Denn so mancher vermeintliche Spuk lässt sich schon in diesem Stadium aufklären In mehr als hundert Fällen konnte ich das demonstrieren Und dazu genügte es, alle Einzelheiten gebührend zu berücksichtigen Und vor allem offen und unvoreingenommen zu sein Doch wie ich schon sagte, ich fand nichts Und die ganze Zeit, darum hatte ich gebeten, stand Wentworth mit der Schrotflinte bereit Und ich achtete sehr darauf, dass uns nie die Abenddämmerung überraschte Schließlich war die Zeit für ein erstes Experiment gekommen Ich wollte eine Nacht in der Halle verbringen Natürlich nicht ohne Schutz Wentworth versuchte mich davon abzubringen Ihm steckte das Erlebnis jener Nacht noch in den Knochen Doch mir schien es einen Versuch wert Und am Ende konnte ich ihn sogar überreden mit von der Partie zu sein Zuvor jedoch machte ich mich auf den Weg nach Gaunt Das ist die nächste größere Stadt Und bat den Polizeichef mir sechs von seinen Leuten zu überlassen Einschließlich ihrer Gewehre Das geschah natürlich inoffiziell Und die Männer waren Freiwillige Und sollten von mir auch entlohnt werden Als die Polizisten am frühen Abend im Gasthof erschienen Ließ ich sie von Dennis erst einmal ausgiebig bewirten Danach machten wir uns auf den Weg zum Haus Vier Esel gehörten zu unserem Tross Beladen mit Brennmaterial und allerlei Gerätschaften Außerdem zwei große Jagdhunde Die von einem der Polizisten geführt wurden Beim Haus angekommen schafften die Männer die Traglasten ins Haus Während Wentworth und ich alle Türen Bis auf die Eingangstür mit Stoffstreifen und Wachs versiegelten Denn wenn eine davon tatsächlich geöffnet wurde Dann sollte das auch nachprüfbar sein Ich wollte mich weder durch Sinnestäuschungen narren lassen Noch von einem Geist, der sich auf Suggestion verstand Als wir damit fertig waren, hatten die Polizisten alles abgeladen Und standen abwartend da, neugierig die Szenerie betrachtend Zwein trug ich auf, das Kaminfeuer vorzubereiten Die anderen mussten mir hier und dort bei den verschiedensten Arbeiten zur Hand gehen Einen der Jagdhunde führte ich zur östlichen Wand Dem Eingang genau gegenüber, wo ich einen dicken Befestigungshaken in den Fußboden trieb Und ihn mit einem kurzen Strick daran festband Mit Kreide malte ich um das Tier herum ein Pentagramm auf den Boden Verband die Spitzen dann noch durch einen Kreis Oder besser eine breite Spur aus zerriebenem Knoblauch Dasselbe musste auch der andere Hund über sich ergehen lassen Er erhielt einen Platz in der Nordostecke, wo die beiden Türreihen zusammentreffen Danach hieß ich, die Männer in der Mitte der Halle Platz zu schaffen Und den Boden zu fegen Dorthin wurden nun alle meine Gerätschaften gebracht Als nächstes ging ich zu der offenen Eingangstür Und befestigte sie mit dem Haken an der Wand Der vor jedem Schließen nun erst aus der Öse gehoben werden musste Vor allen anderen Türen stellte ich eine brennende Kerze auf Und je eine auch in den vier Ecken der Halle Dann zündete ich das Kaminfeuer an und sah mich um Ob es überall auch hell genug war Nun versammelte ich die Männer um mich Und jenen Berg von Utensilien in der Mitte der Halle Und nahm ihnen die Tabakspfeifen ab Denn schließlich heißt es im Siegssandmanuskript Und darf kein Licht entspringen von des Kreises Mitte Von dort, wo unseresgleichen Zuflucht findet Und das wollte ich natürlich sicherstellen Ich nahm mein Maßband und zog mit seiner Hilfe und einem Stück Kreide Auf dem Boden einen Kreis von genau dreißig Metern Umfang Wentworth und die Polizisten machten große Augen Und ich nutzte die Gelegenheit, sie eindringlich auf die Wichtigkeit meines Tuns hinzuweisen Dass jede Verrichtung, jeder noch so kleine Schritt von enormer Bedeutung sei Dass sie es Gott bewahre, nicht für irgendwelchen Mummenschanz halten dürften Vielmehr sei es die einzige Möglichkeit Uns vor den übernatürlichen Mächten zu schützen, wenn sie denn auftauchten Und ich beschwor sie niemals unter keinen Umständen den Kreis zu verlassen Wenn ihnen etwas an ihrem Leben liege Und mehr noch an ihrem Seelenheil, was immer geschehen würde Ich vertauschte Maßband und Kreide mit einem Bündel Knoblauch Und zog, indem ich es zerrieb, einen zweiten Kreis um den Kreidekreis herum Dann ließ ich einen ganzen Vorrat an Kerzen auspacken und anzünden Und klebte sie mit Wachstropfen auf dem Fußboden an Immer den Kreidekreis entlang mit zehn Zentimetern Abstand voneinander So benötigte ich genau 198 Kerzen für den ganzen Kreis Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass solche Zahlen und Maße keineswegs zufällig sind Der Kreis aus Kerzen musste noch umgürtet werden Mit einer Kordel aus Menschenhaar, die ich abwechselnd links und rechts an den Kerzen vorbeiführte Bis der Kreis geschlossen und die silberne Hülse am Ende der Kordel an die 198. Kerze geklebt war Mittlerweile war es dunkel geworden und ich beeilte mich, den Schutzkreis zu vollenden Dazu mussten die Männer in der Mitte zusammenrücken, damit es Platz genug gab Für das elektrische Pentagramm, dessen fünf Zacken den H-Kreis gerade eben berühren mussten Aber das war rasch aufgebaut und an die Batterien angeschlossen Und so umgab uns schon nach wenigen Minuten das schwache, blaue Leuchten der Vakuumröhren Nun war mir schon etwas wohler Ihr alle wisst ja, dass diese Art von Pentagramm einen ganz hervorragenden Schutz bietet Und auch, dass diese meine ureigene Erfindung letztendlich auf Professor Garders Werk Experimente mit einem Medium zurückgeht Er hatte herausgefunden, dass Vakuumröhren mit einem elektrischen Feld bestimmter Frequenz Ein Medium sozusagen abschirmen von allen feinstofflichen Einflüssen Es ist nicht leicht zu erklären, ohne auf die technischen Details einzugehen Und wenn es euch wirklich interessiert, dann müsst ihr eben Garders Vorlesung Über Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischen und Astralschwingungen im Hochfrequenzbereich studieren Als ich mich erhob, zufrieden mit meinem Werk Nahm ich zum ersten Mal den leichten Regen wahr, der schon länger eingesetzt haben musste Denn durch die offene Tür drang das unaufhörliche, sanfte Tap-Tap von Regentropfen Die von einem Blatt des Lorbeergebüschs zum anderen fielen Und Lorbeer gab es hier in Mengen, wie ich schon sagte Völlig windstill schien es zu sein, nach den Kerzen zu urteilen Denn sie brannten ohne das geringste Flackern Ich lauschte einige Augenblicke, bis mich einer der Männer am Arm nahm Und leise fragte, wie es nun weitergehen solle Seiner Stimme war deutlich anzumerken, dass ihm das Seltsame dieses Ortes Und unserer Situation bewusst geworden war Und auch die anderen Männer, einschließlich Wentworth, waren so still und stumm Dass ich, was ihre Nervenstärke betraf, nichts Gutes ahnte Doch um uns für die Nacht zu rüsten, waren noch ein paar Dinge zu erledigen Alle mussten sich nun auf den Boden setzen Mit dem Rücken zum Mittelpunkt des Kreises Die Beine gerade ausgestreckt So dass sie nach den acht Hauptpunkten der Kompassrose zeigten Acht Beinpaare, einschließlich der meinigen Die sich am Ende dazu gesellen würden Und tatsächlich habe ich sie mit dem Kompass in der Hand exakt ausgerichtet Dann zog ich mit der Kreide einen weiteren Kreis um die Männer herum Und malte auf der Innenseite vor jedes Paar Füße der Reihe Nach eines der acht Zeichen des Samarituals Das achte und letzte ließ ich noch aus Denn es war für meinen Platz bestimmt Und schloss den Kreis Konnte also erst beim Ende der Vorbereitungen angebracht werden Danach durfte ich meinen Platz nicht mehr verlassen Wenn dieser innere Schutzkreis wirksam sein sollte Ich sah mich noch einmal in der Halle um Die beiden großen Hunde lagen ruhig da die Nase zwischen den Pfoten Das Kaminfeuer war tüchtig in Gang gekommen Die Kerzen brannten stetig, wohin man auch schaute Ich ging noch einmal um die brav dasitzenden Männer herum Und schärfte ihnen ein, sich nicht zu fürchten Sondern meinem Schutzkreis zu vertrauen Und ihnen, was immer geschehen sollte Um keinen Preis zu verlassen Selbst falls eine vermeintliche innere Stimme Ihnen das einzugeben schien Sie durften auch keine unkontrollierten Bewegungen machen Die Beine mussten unbedingt ihre Position einhalten Und was ihre Waffen betraf, so durfte erst geschossen werden Wenn ich das anordnete Nun endlich nahm auch ich meinen Platz im Kreis ein Und malte vor meine Füße das noch fehlende achte Zeichen Ich rückte Kamera und Blitzlicht zurecht Und überprüfte meinen Revolver Zu Wentworths Füßen war das erste Zeichen Und das hieß, weil die Zeichen gegen den Uhrzeigersinn angeordnet werden Dass er unmittelbar links von mir saß Ganz leise fragte ich ihn, wie er sich fühle Nicht besonders, meinte er Aber er vertraue mir und meinem Sachverstand Und wolle dieses Unternehmen zu Ende bringen Komme, was da wolle Da saßen wir also und warteten Keiner sagte ein Wort Nur selten neigte sich einmal der eine oder andere Polizist Kurz zum Nachbarn, um ihm eine Bemerkung ins Ohr zu flüstern Und es war fast erschreckend mit anzuhören Wie kraftvoll sich ein Flüstern in der leeren Halle ausbreiten konnte Aber auch das erstarb nach einer Weile Und so waren das monotone Tapp-Tapp der Regentropfen Und das leise Wummern des Kaminfeuers die einzigen Geräusche Wer nichts über den Zweck unserer Versammlung wusste Dem wäre der Anblick sicher nur Kurios oder Gabitar erschienen Diese Männer, die da im Kreis saßen Rücken an Rücken Mit sternförmig ausgerichteten Beinen Inmitten eines magisch leuchtenden Pentagramms Uns selbst erschienen eher jene Gefühle kurios Die uns nach und nach überkamen Da half auch nicht der strahlende Lichtkreis aus fast zweihundert Kerzen Nicht das warme und tröstliche Feuer im Kamin Denn all das verlor sich rasch in der großen leeren Halle Reichte kaum bis an die Wände Wenn man von den Kerzen in den Ecken Und vor den versiegelten Türen einmal absah Was erwartete uns? Was lauerte womöglich hinter diesen Türen Bis seine Zeit gekommen war? Es verging wohl eine Stunde angespannten Wartens Während dieser Gedanke immer wiederkehrte Bis er mit einem Mal an Bedeutung zu gewinnen schien Und sich bleischwer auf mein Gemüt legte Eine Stimmung, die sich wie eine giftige Wolke in der Halle ausbreitete Ich wusste, es würde bald etwas geschehen Dann plötzlich hörte man ein schwaches Geräusch von der Ostseite her Und nun kam die kleine Menschengruppe in Bewegung Ruhe nicht bewegen, rief ich heftig Und das genügte Ich sah mich um und bemerkte, dass die Hunde aufgesprungen waren Und wie gebannt zum Eingang hinüberstarrten Ich folgte ihrem Blick Und auch die anderen Männer drehten und reckten ihre Köpfe Es begann ein schreckliches Gebell Wobei die Tiere unverwandt zur großen Tür ausgerichtet blieben Als wollten sie dort ein Wild anzeigen Das Bellen endete so plötzlich, wie es begonnen hatte Und nun lauschten die Hunde mit hoch aufgerichteten Ohren Da war jetzt ein leises Klirren wie von Metall Und es kam von der Stelle, wo ich die Eingangstür mit dem Haken befestigt hatte Vor unser aller Augen hob und senkte er sich Immer nur ein kleines Stückchen unter dem Einfluss einer unsichtbaren Kraft Ich war wie elektrisiert und die Männer neben mir erstarrten Vielleicht vor Schreck, vielleicht nur in gespannter Aufmerksamkeit Aber es war nicht nur dieser Haken Ich fühlte auch deutlich, dass da etwas war Dass etwas hier in der Halle zugegen war Drückenschwer und alles zermalmend Die Stille war beängstigend Nicht einmal von den Hunden kam irgendein Laut Jetzt hob sich der Haken hoch genug Schob sich ganz aus der Öse Ohne dass irgendetwas, irgendjemand zu sehen war Der dies hätte bewerkstelligen können Endlich wusste ich, was zu tun war Ich nahm die Kamera mit dem fest montierten Blitzlicht Und richtete sie auf die Tür Der Blitz flammte auf Und die erschrockenen Hunde brachen erneut in Bällen aus Ich war noch geblendet, als von der Tür her ein weiteres Geräusch kam Es dauerte einige Augenblicke, bis ich genug sehen konnte Aber nicht zu lange Gerade noch rechtzeitig erkannte ich den Schemen der Tür Die sanft herumschwang und mit einem satten Klack ins Schloss fiel Dann war es still Nur die Hunde winselten Ich sah mich nach Wentworth um Und er erwiderte meinen Blick Genau wie neulich, flüsterte er Erstaunlich, sagte ich Und er nickte nur, während er nervös die Umgebung musterte Von den Polizisten hörte man kein einziges Wort Aber ich war sicher, dass sie lange nicht so gefasst waren wie Wentworth Und damit man mich nicht für hochmütig hält, füge ich noch hinzu Dass ich selbst in diesem Augenblick keineswegs die Ruhe in Person war Doch habe ich auf diesem Gebiet schon manches Absonderliche und Erschreckende erlebt So dass ich mich besser in der Gewalt habe als die meisten Leute Über die Schulter hinweg wandte ich mich an die Männer Und ermahnte sie leise noch einmal den Schutzkreis nicht zu verlassen Was immer auch passieren mochte Nicht einmal, wenn das Haus ins Wanken geraten sollte Und wenn es auch schien, als würde es über ihnen zusammenstürzen Sie mussten es ignorieren Ich wusste sehr gut, wozu gewisse Manifestationen imstande waren Aber auch, dass wir von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen sicher waren Solange wir unsere Aufstellung im Pentagramm beibehielten Anderthalb Stunden vergingen nun, ohne dass etwas zu sehen oder zu hören war Außer einem gelegentlichen Winseln Nachdem auch das eine Weile ausgeblieben war Fiel mir auf, dass die Hunde sich niedergelegt Und die Schnauzen ganz eigentümlich zwischen den Pfoten vergraben hatten Und dass sie am ganzen Leib zitterten War über die Massen beunruhigend Plötzlich erlosch die Kerze in der vom Eingang am weitesten entfernten Ecke der Halle Einen Augenblick später stieß mich Wentworth mit dem Ellbogen Und zeigte auf eine der Kerzen vor den versiegelten Türen Auch sie war erloschen Und während nun eine Kerze nach der anderen ausging Griff ich nach meiner Kamera Doch sie nützte mir nicht viel Es geschah so rasch und in wildem Zickzack quer durch die Halle Dass ich gar nicht wusste, wohin ich sie hätte richten sollen Eine Aufnahme machte ich immerhin Eine Übersicht über die ganze Halle Wieder saß ich geblendet da eine ganze Weile Und ärgerte mich, weil ich nicht an eine Brille mit geschwärzten Gläsern gedacht hatte Mit der ich diesem Übel bei anderen Gelegenheiten beigekommen war Aber die Sicht kam bald wieder Und in der Halle zeigte sich nichts Neues Außer, dass es jenseits des Kreises dort, wo der Schein des Feuers nicht hinreichte, nun dunkel war Und dieses lodernde Kaminfeuer, das den Rest der Halle nur spärlich beleuchtete Verlor mit einem Mal sichtlich an Kraft Immer kleiner und blasser wurden die Flammen Als schlürfe eine unsichtbare Macht ihnen das Leben aus Das dürfte die beste Beschreibung dessen sein, was ich beobachtete Vor meinen Augen erlosch das Feuer Auch die Glut verging bis auf den letzten Funken, als habe es nie existiert Nun blieb uns, wenn man vom schwächlichen Schimmer der Röhren einmal absah, nur der Kerzenkreis als Lichtquelle Aber weit mehr beunruhigte mich der Eindruck, dass dies alles nicht beiläufig, sondern in kühler Überlegung geschah Hier wurde ein Plan verfolgt, und Dunkelheit gehörte zu diesem Plan Und die Frage, die man sich stellen musste, an die Antwort wagte ich gar nicht zu denken War bis zu welchem Grad diese alles vorausberechnende Macht wohl die Dinge der materiellen Welt manipulieren konnte Wieder ging eine Bewegung durch die Runde der Polizisten, und mir wurde klar, dass ihnen die Angst in allen Gliedern steckte Noch einmal ermahnte ich sie, und wenn ich auch leise sprach, so waren meine Worte nur umso eindringlicher Sie seien in Sicherheit, solange sie das Pentagramm nicht verließen und die angeordneten Positionen einhielten Was sie außerhalb des Kreises an Gefahren erwartete, wagte ich nicht einmal andeutungsweise zu beschreiben Und weder ich noch sonst jemand könne dann etwas zu ihrer Rettung tun Die Männer hörten auf mich, aber hätten sie gewusst, dass es einen absoluten Schutz gar nicht gibt Dann hätte ich sie nicht so leicht beruhigen können Und vielleicht wäre der eine oder andere sogar aus dem Kreis hinausgestürzt in dem wohlvergeblichen Versuch, sich zu retten Eine weitere Stunde verging, in der es völlig still blieb Die Anspannung war beträchtlich und kam nicht allein vom Warten Es war wie das Heraufziehen schwarzer Gewitterwolken, die Niedergeschlagenheit brachten und den Geist lähmten Und am Horizont schon zu erahnen war ein Ungeheuer aus einer anderen Welt, dem gegenüber man sich unendlich klein und unbedeutend fühlen musste Auch wenn es sich zumindest im Augenblick noch meiner und unser aller Gegenwart kaum bewusst war Ich beugte mich zu Wentworth und fragte ihn flüsternd, ob er nicht auch das Gefühl habe, dass da draußen vor dem Kreis irgendetwas zugegen sei Er war sehr blass und sein Blick schweifte unablässig durch die Halle Kurz sah er mich an und nickte, um sich dann rasch wieder ans Beobachten zu machen Im nächsten Augenblick, als hätten hundert Hände sich gleichzeitig auf sie gesenkt, erloschen alle Kerzen unseres Kreises und Dunkelheit umgab uns Bis sich die Augen an das schwache Leuchten des elektrischen Pentagramms gewöhnt hatten Aber das bisschen Licht reichte kaum einen Meter über die unmittelbare Umgebung hinaus Ich war wie zur Salzsäule erstarrt Die Angst stieg langsam in mir hoch und breitete sich aus Das Dröhnen meines Herzschlags musste die ganze Halle füllen, davon war ich überzeugt Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich ein wenig erholte Doch wagte ich die ganze Zeit nicht, auch nur die kleinste Bewegung zu machen Aber schließlich überwand ich meine Angst Ich nahm die Kamera in die schweißnassen Hände, bereit, was da kommen sollte, auf die Fotoplatte zu bannen Noch einmal sah ich zu Wentworth, auch wenn er im Dämmerlicht kaum auszumachen war Die Schultern hochgezogen, den Kopf etwas vorgereckt, saß er da, bewegungslos Aber ich wusste, auch wenn das merkwürdig klingt, dass seine Augen noch immer in steter Bewegung waren Von den Polizisten war nichts zu hören, und so verging wieder eine ganze Weile Ein schwaches Geräusch unterbrach die Stille Von zwei Seiten der Halle kam es, und so leise es auch war Ich erkannte sofort das Knistern von zerbröselndem Siegelwachs Die Türen in das Innere des Hauses öffneten sich Ich hob die Kamera, und es war eine seltsame Mischung aus Angst und Mut, die nun bewirkte, dass ich den Auslöser drückte Der grelle Blitz ließ die Männer ringsum zusammenzucken Doch hatte man in dem kurzen Lichtschein deutlich sehen können, dass alle versiegelten Türen offen standen Plötzlich war da das Geräusch von Tropfen Plopp, 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 machte es auf dem Fußboden Ich war wie elektrisiert Ich hatte es doch eigentlich erwartet, um nicht zu sagen erhofft, und vergaß dabei für einen Moment die Gefahr Niemand hätte sagen können, wie bedrohlich die Lage für uns war Das Blut hatte zu Tropfen begonnen, und ob unsere Barriere dem Angreifer widerstehen würde, war keineswegs ausgemacht So vergingen einige schreckliche Minuten, in denen der Blutregen langsam dichter wurde, bis die ersten Tropfen auch in den Kreis fielen Dicke, schwärzliche Tupfen zerstoben auf den blau leuchtenden Röhren Doch merkwürdigerweise schien kein einziger Tropfen auf einen von uns zu fallen Das beängstigende Plopp, plopp war das einzige Geräusch Bis zu jenem Moment, als der Hund in der Nordostecke plötzlich aufheulte, wie in höchster Not und ebenso rasch wieder verstummte Worauf ein abscheuliches Knacken und Knirschen folgte Wenn ihr jemals auf der Jagd nach einem Fehlschuss einem Kaninchen das Genick brechen musstet, dann wisst ihr, wovon ich rede Und nun durchfuhr es mich siedend heiß Es hat das Pentagramm überschritten Vergesst nicht, ich hatte um jeden der Hunde ein Pentagramm gezeichnet Und nun musste ich natürlich auch an unseren eigenen Schutzkreis denken Wie sicher waren wir, wenn dieses etwas an den Hund hatte herankommen können Ich saß nur da und zitterte Plötzlich kreischte einer der Männer hinter mir laut auf, geradezu hysterisch und stürzte zur Tür Hatte sie auch schon geöffnet Ich schrie den anderen zu, sich nicht zu rühren, aber umsonst Wie eine aufgescheuchte Schafherde rannten sie hinterher, stolperten blindlings über die Kerzen Und einer trat auf das elektrische Pentagramm und unterbrach den Stromkreis Absolut dunkel war es jetzt, und es brauchte nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass ich nun völlig schutzlos diesen unbekannten Mächten ausgeliefert war Und so setzte ich mich mit einem gewaltigen Satz über die nutzlose Barriere hinweg und lief den anderen hinterher in die Nacht hinaus Und laut geschrien habe ich dabei auch aus schierer Panik Die Männer hatten einen kleinen Vorsprung, und obwohl ich ohne Pause rannte, gelang es mir nicht, sie einzuholen Einige Male blickte ich über die Schulter nach hinten, doch genauso argwöhnisch behielt ich das Lorbeergebüsch zu beiden Seiten der nicht enden wollenden Auffahrt im Auge Ein unablässiges Rascheln und Rauschen ging von Strauch zu Strauch, begleitete mich den ganzen Weg, als folge mir dort im Dickicht etwas ungesehen Der Regen hatte aufgehört, und nun strich ein schwacher Wind leise ächzend durchs Geäst Kein angenehmes Geräusch, wirklich nicht Beim Haupttor schließlich konnte ich Wentworth und die Polizisten einholen Schon hatten wir es passiert und bogen in die Straße zum Dorf hinunter, und weiter liefen wir ohne Pause Der alte Dennis hatte noch geöffnet, er hatte mit der halben Einwohnerschaft auf uns gewartet Überzeugt sei er gewesen, tief in seinem Innersten, dass wir hier auftauchen würden Und das sollte wohl heißen, wenn wir überhaupt je wieder auftauchen würden Ein Glück, dass ich meine Kamera nicht zurückgelassen hatte bei unserer Flucht Auch wenn das eher daran lag, dass der Trageriemen in jenem Moment zufällig um meinen Hals hing Aber um die Fotos wollte ich mich später kümmern Zuerst saß ich mit den anderen noch eine Weile in der Gaststube, wo wir redeten Und vor allem versuchten ein wenig Sinn in das zu bringen, was uns da draußen geschehen war Aber dann ging ich auf mein Zimmer Ich hatte mich etwas erholt und tröstete mich mit der Hoffnung, vielleicht doch etwas auf meinen Fotos zu entdecken Also breitete ich meine Utensilien aus und machte mich ans Entwickeln Zwei der Platten zeigten nichts Ungewöhnliches Die dritte jedoch, das war die Aufnahme von dem sich bewegenden Türhaken, versetzte mich in nicht geringe Erregung Ich prüfte sie noch einmal mit der Lupe Dann spülte ich und streifte währenddessen schon meine Überschuhe aus Gummi über die Stiefel Sie war tatsächlich außergewöhnlich, meine Entdeckung So außergewöhnlich, dass ich keine Minute verlieren wollte, die Sache zu überprüfen Es war sinnlos, Wentworth oder die Polizisten damit zu behelligen, bevor ich ganz sicher war Und zudem war ich überzeugt, allein auf mich gestellt, eine größere Erfolgschance zu haben Und davon abgesehen, hätte ich in dieser Nacht wohl niemanden mehr dazu bewegen können, noch einmal zum Spukhaus zu gehen Ich steckte den Revolver ein und schlich mich die Treppe hinunter Der Regen hatte wieder eingesetzt, aber das störte mich nicht auf meinem Marsch durch die dunkle Nacht Ich ging so schnell ich konnte Beim Haupttor blieb ich unvermittelt stehen, denn etwas, Instinkteingebung, hielt mich davon ab, da hineinzugehen Also kletterte ich über die Mauer in den Park, vermied auch die Auffahrt und arbeitete mich zwischen den unaufhörlich tropfenden Lorbeersträuchern hindurch zum Haus vor Eine wirklich unheimliche Umgebung, und bei jedem Rascheln eines Blatts fuhr ich zusammen Ich schlich zur Rückseite des Hauses und stieg durch ein kleines Fenster, das ich von meiner gründlichen Inspektion zu Beginn der Arbeit kannte Denn natürlich präge ich mir eine Örtlichkeit in allen Details ein, vom Dach bis zum Keller Ohne ein Geräusch ging ich mit inzwischen schon etwas zittrigen Knien die Küchentreppe hinauf und bog oben nach links in einen langen Gang Der führte geradewegs in die große Halle zu einer der Türen, die wir sorgfältig versiegelt hatten Von dort her kam ein schwaches, flackerndes Licht, und so schlich ich mich auf zehn Spitzen näher, den Revolverschuss bereit Nur wenige Schritte trennten mich noch von der offenen Tür, als ich plötzlich mehrere Männerstimmen hörte Dann brandete lautes Gelächter auf Vorsichtig näherte ich mich weiter, spähte in die Halle, und da, in der Mitte, standen sie, eine Gruppe von Männern Gut gekleidet, und zumindest einer von ihnen trug eine Waffe Sie hatten sich um die Überreste des Schutzkreises versammelt, mit dem ich uns doch vor dem Übernatürlichen hatte schützen wollen Und prusteten vor Lachen Noch nie im Leben war ich so zum Narren gehalten worden Es war offensichtlich, dass es sich bei diesen Männern um eine verschworene Bande handelte Die sich für ihre Zwecke des leerstehenden Hauses bediente Womöglich schon seit Jahren Und Wentworths Erscheinen passte nun gar nicht in ihre Pläne Weshalb sie sich die alten Gerüchte zunutze machten und hofften, so den neuen Besitzer vertreiben zu können Denn ihre Geschäfte vertrugen keine Störung, was immer sie waren Falschmünzer, Diebe, Verschwörer oder sonst etwas Nun wandten sie sich ab vom Schutzkreis und traten zu dem Überlebenden der beiden Jagdhunde Er war merkwürdig ruhig, als hätte man ihm ein Schlafmittel eingegeben Man beratschlagte, ob das arme Tier am Leben gelassen werden sollte Doch entschied man sich am Ende dagegen Ich musste mit ansehen, wie die zwei der Männer eine Seilschlinge nahmen Und dem Tier zwischen die Kiefer zwängten Dann überkreuzten sie die Enden in seinem Nacken zu einer neuen Schlinge Und ein dritter steckte dahindurch einen dicken Spazierstock Die beiden Männer, die die Schlinge hielten, bückten sich über das Tier, sodass ich nicht sehen konnte, was genau sie taten Doch heulte der Hund kurz davor angstvoll auf, worauf jenes Knacken folgte, das ich Stunden zuvor schon einmal gehört hatte Die Männer richteten sich auf und der Hund am Boden rührte sich nicht mehr, verständlicherweise Mir war klar, was ich von diesen Männern zu halten hatte, die so kalt, blütig und planvoll vorgingen Die Flux über Leben und Tod entschieden und ihre Entschlüsse mit geschickten Händen umsetzten Auch einem Menschen, der ihnen in die Quere kam, würde es nicht besser ergehen Kurz darauf rief einer der Männer, dass man sich noch um die Drähte kümmern müsse Und nun kam einer heran zu der Tür, bei der ich stand Wie der Wind lief ich zum anderen Ende des Gangs, um mich in der Dunkelheit zu verstecken Der Mann machte sich oben an der Tür zu schaffen und ich hörte ein leises Geklingel, wie beim Aufwickeln von Stahldraht Als er weg war, sauste ich wieder zur Tür und kam gerade noch rechtzeitig, um die Männer einen nach dem anderen durch eine Öffnung in der Treppe nach dem oberen Stockwerk verschwinden zu sehen Eine der marmornen Stufen war nach oben geklappt Und nachdem der letzte gegangen war, kehrte sie wie von selbst an ihren Platz zurück Niemand hätte dort eine Geheimtür vermutet Es war die siebte Stufe von unten, das merkte ich mir Dass dieser versteckte Zugang über die Treppe wirklich gut gewählt war, konnte ich später überprüfen Die Stufen waren massive Marmorblöcke und auch die siebte Stufe klang kein bisschen hohl, soviel ich auch mit meinem Hammer darauf herumklopfte Der Rest ist rasch erzählt Ich machte mich davon, möglichst schnell und leise und lief zurück zum Gasthof Die Polizisten zögerten nicht lange, als ich ihnen von den Geistern aus Fleisch und Blut erzählt hatte Wir nahmen denselben Weg, den ich gegangen war, über die Mauer und durch das Fenster Doch gelang es uns trotz aller Mühe nicht, die Geheimtür zu öffnen Wir mussten den Marmor in Stücke schlagen, und dieser Lärm hatte die Geister wohl aufgeschreckt Die verborgene Kammer, die wir am Ende eines langen und engen Ganges in den Fundamenten des Hauses fanden, war verlassen Die Polizisten waren tief enttäuscht, denn sie zweifelten nicht, dass es sich um Mitglieder eines politischen Geheimbundes handelte, dem man schon länger auf der Spur war Für mich spielte das keine Rolle, denn mir war es ja nur darum gegangen, den Spuk zu vertreiben, und das war mir gelungen Und dass man über mich lachen mochte, weil ich diesem Betrug zunächst aufgesessen war, kümmerte mich nicht Denn schließlich war doch das ganze Dorf betrogen worden, und ich allein war derjenige, der der Sache ein Ende machte Es gab noch mehr Geheimgänge in diesem Gemäuer, und einer davon endete ein ganzes Stück vom Haus entfernt in der Wandung eines Brunnens In der Decke der großen Halle gab es einen Hohlraum, hoch genug, um darin herumschleichen zu können, und zugänglich über eine Geheimtreppe Die Blutstropfen waren nichts anderes als gefärbtes Wasser, das durch winzige Öffnungen in der Holztäfelung hindurchsickerte Wie die Kerzen und das Kaminfeuer gelöscht wurden, weiß ich nicht, denn die Geister hielten sich keineswegs an die Überlieferung, die besagt, dass die Blutstropfen das besorgten Dazu hätte man sie genau ins Ziel lenken müssen, was nicht einfach ist, und gewisse Vorkehrungen erfordert Bliebe als einzige Möglichkeit nur noch Kohlendioxidgas, das zu Boden sinkt und die Flammen erstickt Aber wie man das im Einzelnen bewerkstelligen könnte, vermag ich nicht zu sagen Die Geheimgänge und Kammern in dem Haus existierten natürlich schon von Alters her Neu dagegen war eine Glocke, die über ein kompliziertes Drum und Dran immer dann ausgelöst wurde, wenn jemand durch das Haupttor kam Wäre ich nicht über die Mauer geklettert, wären die Männer gewarnt gewesen, und ich hätte zu meinem Leidwesen nicht das Geringste entdecken können Nun verrate uns endlich, was auf dem Negativ war, drängte ich, weil ich meine Neugier nicht länger unterdrücken konnte Ein Stück Draht, mit dem sie nach dem Türhaken angelten Das machten sie von der Decke aus, und es war nicht eingeplant Offensichtlich war vor mir niemand auf die Idee gekommen, die Tür einzuhaken, also mussten sie improvisieren Der Draht war zu dünn, als dass man ihn im Licht der Kerzen hätte sehen können Doch meinem Blitzlicht entging er nicht Das Öffnen der anderen Türen besorgte man mit Drahtzügen, die nach Gebrauch wieder entfernt wurden Sonst hätte ich sie bei meiner Inspektion sicher entdeckt Damit dürften wohl die meisten Fragen beantwortet sein, glaube ich Um den Hund zu töten, mussten die Männer natürlich selbst Hand anlegen Dazu musste es völlig dunkel sein, und hätte ich zufällig im richtigen Augenblick das Blitzlicht betätigt, dann wäre die ganze Sache aufgeflogen Aber es sollte eben nicht sein, nicht wahr? Und die beiden Landstreicher, die in dem Haus ums Leben kamen? fragte ich Ach ja, die armen Kerle, die man tot aufgefunden hat Da ist eine Erklärung so gut wie die andere Vielleicht haben sie zufällig etwas gesehen, was sie nicht sehen sollten Und man hat ihnen eine Injektion verpasst, was den Leichenbeschauern meist entgeht Oder sie waren bereits dem Ende nahe, suchten eine letzte Zuflucht und starben aus ganz natürlichen Ursachen Wer kann denn sagen, wie viele Landstreicher in dem alten Haus schon übernachtet haben? Und warum sollte nicht, wie auch Wentworth bemerkte, hin und wieder einer von ihnen sterben? Kanaki stand auf und klopfte seine Pfeife aus Auch wir erhoben uns, und einer nach dem anderen trat hinaus, in die Diele um Mantel und Hut zu nehmen Dann also fort mit euch, sagte Kanaki freundlich Und nach diesem vertrauten Abschiedsgruß machten wir uns auf den Heimweg die nächtliche Uferstraße entlang, bis sich dann unsere Wege trennten Und nach dem Heimweg die nächtliche Uferstraße entlang, bis sich dann unsere Wege trennten